Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus. Heute möchte ich euch noch einen weiteren Beweis dafür vorführen, dass wir es nicht mehr mit unserer normalen, sondern mit einer künstlichen Sonne zu tun haben. Nämlich die blinkende Sonne. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Aber manche glauben, dass dieses Phänomen durch die Kamera hervorgerufen wird. Wir werden jetzt gleich aber sehen, dass dem nicht so ist, sondern dass das Blinken eindeutig von der Sonne, also der künstlichen Sonne, stammt. Denn die echte Sonne kann niemals blinken wie ein Diskolicht, sondern es handelt sich um einen Feuerball, in dem fortwährend Wasserstoff durch Kernfusion unter hohem Druck zu Helium umgewandelt wird. Die Sonne kann auch nicht innerhalb von Sekunden schrumpfen und wieder expandieren, sondern sie hat immer die gleiche Größe. Aber wir werden gleich sehen, dass sie genau das macht. Sie schrumpft und expandiert dann wieder, in erheblichem Ausmaß. Und dadurch wird das Blinken hervorgerufen. Man kann auch von einem Pulsieren sprechen. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt tatsächlich auch pulsierende Sterne. Oder man spricht auch von pulsationsveränderlichen Sternen. Aber unsere Sonne gehört nicht in diese Kategorie, nach allem was wir wissen. Das Pulsieren unserer Sonne ist auch nur ganz selten zu sehen. Und, wie wir gleich sehen werden, die Geschwindigkeit des Pulsierens ist sehr unterschiedlich. Mal schnell, mal sehr langsam. Und das ist absolut untypisch für pulsierende Sterne. Daher muss es sich bei dem blinkenden Effekt unserer Sonne um eine Fehlfunktion der künstlichen Sonne handeln. Gehen wir aber nochmal auf die Veränderungen in der Größe der Sonne ein, durch die das Blinken oder Pulsieren verursacht wird. Wir wissen, dass die Sonne tatsächlich zeitweise sogar erheblich schrumpft, um bis zu 90 Prozent, wie wir bereits in meinen vorigen Videos sehen konnten. Diese Veränderungen in der Größe der Sonne konnten wir aber meistens nur über einen längeren Zeitraum von einem oder bis zu mehreren Tagen feststellen. Beim Blinken jedoch erfolgt dieser Schrumpf- und Expansionsvorgang ganz schnell, sodass es eben zu diesem Blinken der Sonne kommt. Die Aufnahme, die ihr jetzt hier seht, stammt von Kalimba M. Ich blende euch den Link zum Originalvideo ein. Auf den Aufnahmen kann man jetzt sehr schön sehen, dass es sich bei dem Blinken nicht um einen Kameraeffekt handelt. Denn die Helligkeit in der ganzen Umgebung verändert sich ebenfalls. An den Bäumen und an den Gebäuden kann man deutlich sehen, wie es dunkler und wieder heller wird. Leute, die dieses Blinken aufgenommen haben, bestätigen auch, dass sie es mit eigenen Augen, also mit bloßem Auge, ganz deutlich gesehen haben. Kalimba M. schreibt zum Beispiel in den Kommentaren zu dem Video Also auf Deutsch, es hat mich umgehauen. Ich dachte, der Bediener ist auf dem Einschaltknopf eingeschlafen. Und das ist unmöglich durch einen Kameraeffekt. Was wir hier sehen, ist eine Funktionsstörung in der künstlichen Sonne. Denn dieses Phänomen kann nicht durch die echte Sonne ausgelöst werden, wie wir bereits gesagt haben. Ich habe euch ja kürzlich bereits einen Beweis für die Existenz der künstlichen Sonne gezeigt. Und wir sehen hier ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass es eine Technologie am Himmel geben muss, mithilfe derer die Sonne manipuliert wird. Was wir hier sehen, sind die Zeichen für das Ende des Zeitalters, wie Jesus es uns vorhergesagt hat. Ihr seht hier übrigens auch schön, wie offenbar versucht wird, diese Fehlfunktion der Sonne zu tarnen mit Kondensstreifen von Flugzeugen oder wie man weithin vermutet Schemtrails. Auf dieser Aufnahme hier, die von einem Kanal namens Fox News stammt, ich blende euch den Link wieder ein, sehen wir noch einen weiteren Beweis für die künstliche Sonne. Wir sehen hier auch wieder das Blinken. Wir können gut beobachten, dass das Blinken oder Pulsieren durch Veränderungen in der Größe der Sonne hervorgerufen wird. Also durch Schrumpfen und Expandieren der Sonne. Aber es verläuft etwas langsamer als in dem vorigen Fall. Auch hier haben wir es mit einer Funktionsstörung der künstlichen Sonne zu tun. Und auch hier können wir den Beweis erbringen, dass es sich gerade nicht um einen Kameraeffekt handelt. Denn wie wir sehen, kann man auf der Wasseroberfläche das Pulsieren der Sonne, also die schnellen Veränderungen in der Größe der Sonne, ganz deutlich erkennen. Und das ist ein unumstößlicher Beweis dafür, dass das Pulsieren oder Blinken der Sonne echt ist. Wir müssen jetzt vielleicht noch eins dazu sagen, wenn man sich fragt, warum wird es nicht überall auf der Welt gesehen. Nämlich, dass dieses Blinken deutlicher ist, wenn die Kamera direkt in die Sonne hineinfilmt. Mit bloßem Auge ist das Blinken zwar auch zu sehen, wie zahlreiche Augenzeugen berichten, aber es ist schwieriger zu erkennen. Ein Zeuge sagte, er hätte es erst bemerkt, als er Tiere sah, die so eigenartig verstört zum Himmel blickten, und dann selbst nach oben schaute. Dann hätte er es erst gesehen. Vorher wäre es ihm nicht aufgefallen. Es ist also bei Tageslicht kaum zu bemerken. Und das dürfte der Grund dafür sein, dass viele es einfach gar nicht bemerken. Ein anderer Augenzeuge gibt hier an, er hätte das Blinken eines Morgens bemerkt und hätte dann sofort sein Teleskop mit Sonnenfilter geholt. Er gibt an, er hätte bis dahin nicht an UFOs geglaubt, aber er sah durch sein Teleskop eigenartige Flugobjekte in der Nähe der Sonne. Und das hätte ihn schockiert. Ich habe euch ähnliche Beobachtungen auch bereits in früheren Videos gezeigt. Hier in meinem Video über die zweite Sonne, in der eine zweite Sonne ganz deutlich zu sehen ist und dies nachweislich keine Linsenspiegelung sein kann, habe ich euch ebenfalls auf eigenartige Flugobjekte in der Nähe der Sonne hingewiesen. Diese Flugobjekte machten Flugbewegungen und schienen offensichtlich bemüht zu sein, die künstliche Sonne und den Projektor am Himmel zu reparieren, damit man die zweite Sonne nicht mehr sehen kann. Und vielleicht noch eins, wenn ihr euch fragt, was denn dieser schwarze Punkt in der Mitte der Sonne bedeutet und ob das vielleicht wieder ein Kameraeffekt sein könnte, dann muss ich euch sagen, dass es sich ebenfalls um eine echte Beobachtung handelt und nicht um einen Kameraeffekt. Und zwar ist dies Teil der Technologie der künstlichen Sonne. Man kann das auch belegen, denn in einigen Aufnahmen, die von offiziellen Wetterkameras gemacht wurden, spiegelt sich der schwarze Punkt ebenfalls auf der Wasseroberfläche. Offensichtlich gibt es in der Mitte der künstlichen Sonne eine nicht leuchtende Stelle. Und der Grund, dass man den schwarzen Punkt nicht überall auf der Erde sehen kann, ist der, dass er offensichtlich nur dann sichtbar ist, wenn die künstliche Sonne genau zentrisch auf ein Gebiet der Erde ausgerichtet ist, sodass man also genau in die Flucht des Projektors hineinschaut. Wenn man nicht genau in die Flucht hineinschaut, sieht man den Punkt nicht. Der Punkt ist oft in Alaska zu sehen und daher stammt auch die Aufnahme der Sonne mit dem schwarzen Punkt, der sich auf der Wasseroberfläche spiegelt. Die Aufnahme beweist, dass der schwarze Punkt ein tatsächliches Stück der künstlichen Technologie ist, die an unserem Himmel präsent ist und die die Helligkeit der Sonne in Zeiten der Verfinsterung verstärkt und ersetzt. Was wir hier sehen, sind die Zeichen der Endzeit, die kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn, Jesus Christus, geschehen. Es sind die Zeichen, die Jesus selbst vor 2000 Jahren als Zeichen seiner Wiederkunft angekündigt hat. Denn er sagte, es werden Zeichen am Himmel sein, in der Sonne, im Mond und in den Sternen. Und die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren. Und er sagte, seid wachsam und betet allzeit, sodass ihr würdig empfunden werdet, all dem zu entgehen, was geschehen soll. Das, was geschehen soll, ist die große Drangsal, das Zorngericht Gottes, das über die Welt kommt und das jetzt dabei ist, über die Welt zu kommen. Denn wir stehen genau jetzt am Beginn dieser Drangsal, die schlimmer sein wird als alles, was bisher geschehen ist. Und das ist die Vorbereitung, beten ohne Unterlaß, sodass wir als würdig empfunden werden, dem zu entfliehen. Unterwerft euch der höchsten Autorität unseres Herrn, Jesus Christus, und betet allzeit. Das ist die einzige Rettung. Es gibt keine andere Rettung vor der ewigen Verdammnis. Denn wir sind alle Sünder. Und nur Jesus kann uns reinwaschen mit seinem heiligen, unschuldig vergossenen Blut. Beeilt euch. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Gott segne euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017